Berlin.Bronce war der Lohn für den zwei Tage währenden Kampf um Zentimeter und Sekunden. Die Bad Wildunger Siebenkämpferin Carolin Schäfer wurde am Freitagabend dritt im EM7-Kampf der Frauen. Es gibt nichts Höherwertiges, als mit Edelmetall aus diesem Stadion zu gehen, jubelte Schäfer. 214 Punkte Rückstand betrug bei 6602 eigenen Punkten ihr Rückstand auf die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nafessa Tutiam aus Belgien, die den Wettkampf mit 6816 Punkin gewann. Zweite wurde die Engländerin Katharina Johnson-Thompson, die auf 6759 Punkte kam. Schäfer hatte dabei gestern Abend nicht nur das Duell mit den europäischen Spitzenathletinnen auszufechten. Kurz vor dem Star des abschließenden 800-Meter-Laufes war bekannt geworden, dass ihre Teamkameradinnen bei einem Autounfall verletzt worden waren. Luisa Graufugel, LG Sa 70, und Mareike Ahnt, TSV Bayer 04 Leverkusen, mussten danach den 800-Meter-Lauf absagen. Die beiden Athletinnen waren am Freitagnachmittag auf der Rückfahrt ins Hotel nach der sechsten Disziplin, dem Sperrwerfen, in einen Verkehrsunfall geraten. Sie wurden anschließend medizinisch versorgt. Graufugel konnte noch am Abend das Krankenhaus verlassen, Ahnt wurde dagegen weiter stationär behandelt. DLV-Cheftrainer Idris Gonschinska hatte dazu noch am Freitagabend kurz vor 20 Uhr eine improvisierte Pressekonferenz hinter der Pressetribüne im Olympiastadion gegeben. Für uns ist es das Wichtigste, dass es bei Mareike und Luisa keine schwerwiegenden Verletzungen gibt, sagte der 49-Jährige. Auch Aussicht von Gonschinska ruten zu diesem Zeitpunkt alle Hoffnungen auf Karolin Schäfer. Ich hoffe einfach, dass Caro jetzt für die anderen beiden mitläuft. Und das tat sie. Es war eine schwere Saison für mich. Aber ich bin noch nie einen 800-M-Lauf so entschlossen gelaufen, erklärte die Nordhassin. Mit der erreichten Leistung konnte die für die LG Eintracht Frankfurt startende Schäfer mehr als zufrieden sein. So hatte die 26-Jährige im Sperrwerfen mit 53,73 Metern eine Saisonsbestleistung erzielt. Und nicht nur das, zuvor hatte Schäfer bereits im Weitsprung am Freitag mit 6,24 Metern eine weitere Saisonsbestleistung aufgestellt. Ihre diesjährigen 6.549 Punkten schienen also greifbar zu sein. Zumal auch der Donnerstag nach Plan gelaufen war, da lag die Bad Wildungen nach den ersten vier Disziplinen ebenfalls auf Platz 3. Die 100-Meter-Hürden waren ein solider Einstieg. Im Hochsprung hätte ich mir etwas mehr als 1,79 Meter gewünscht. Das Kugelstoßen war schon immer meine Wackeldisziplin, da gehen die 14,12 Meter in Ordnung, und auch 23,75 Sekunden über die 200 Meter sind für mich eine solide Leistung. Heute Abend kommen die Füße in die Eistonne, und viel wird nicht mehr passieren, hatte Schäfer noch am Donnerstag gesagt. Dann passierte zwar am Freitag doch noch so einiges aber zum Glück der Bad Wildungen nichts, was ihre Bronzemedaille betraf. Bis zum nächsten Mal.